Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Zweitkanal. Heute werden wir wieder an ProClubs gehen mit Mert, Eli, Faro, Eldos und ein paar anderen. Hast einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Folgen sehen wollt. Daumen nach unten, wenn ihr wollt, dass dieser Kanal geschlossen wird. Für immer. Ey, Willi, ich habe sehr viele Clips von dir gesehen, ja? Du sagst, Messi hat nicht verdient, Ballon d'Or, ne? Du bist einer, guck mal, guck mal, du bist einer, du bist einer, der versteht das Ganze nicht. Weil ich sage nicht, dass er es nicht verdient hat, ne? Schreib dir das auf den Blatt. Sondern ich bin der Meinung, dass es jemand anderes mehr verdient hat. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass es nicht korrekt ist und dass es auch nicht plausibel ist, dass Messi diesen Pokal gewinnt. Klar kann er ihn gewinnen, weil so wie er seine WM gespielt hat und das, was er abgeliefert ist, ist ja zu 100% einer von den zwei, der diesen Pokal gewinnen sollte oder gewonnen hat. Aber ich bin der Meinung, es hat jemand anderes mehr verdient. Das ist nichts mit unverdient. Wer denn? Ich sage, Haaland hätte. Das hätte Haaland gesagt. Was sollst du noch machen? Bruder, ich finde sowieso, Wallah, ich weiß gar nicht, was die ganze Weltorganisation mit Messi hat. Wieso? Bruder, der wird zu krass gepusht, ja? Wie, der wird zu krass gepusht? Ja, schon viel. Ja, schon viel. Guck mal, guck mal, guck mal. Ihr habt verdient acht Wallon d'Ors gewonnen. Guck mal. Ich verdient. Natürlich, warum sagst du Wallah? Warum sagst du Wallah bei sowas? Nicht alle ab. Haaland hat Haaland einmal verdient, dieses eine Jahr. Guck mal, natürlich hat der Wallon d'Ors dieses eine Jahr verdient. Hat der nicht. Hat der nicht. Ich unterhalte mich hier gerade, und das ist gar kein Blum, mit einem Inkompetenten, der gar keine Ahnung hat. Ja, ja. Junge, wenn ihr immer... Warum hat Haaland die Gieser mehr verdient? Quatsch mich nicht voll. Warum hat Haaland die Gieser mehr verdient? Bruder, das ist komplett fernweg. Leute argumentieren und geben das Stichwort, ja, Ronaldo-Fan. Digga, Ronaldo-Fan, hin oder her, der hat in dieser Diskussion nichts zu tun. Ronaldo hat dieses Jahr Schahama geschnitten in Saudi-Arabien. Also, das ist das erste Punkt, ist der schon mal komplett weg. Der einzigste Punkt ist, es geht nicht darum, dass wir sagen, es ist nicht verdient. Wie oft noch, der Mann hat das verdient. Der hat es verdient. Ich habe euch gesagt, es ist nicht verdient, 8 Ballon d'Or. Die sind noch gut in der dritten Liga da. Ja, warte, wo? Ich weiß nicht, Digga, die sind 15 da. Aha. Die sind gut, aber... Wir sind aufgestiegen, vom Rechtsverteidiger zum LZM, okay? Wir arbeiten uns langsam, langsam nach vorne. Merkt ihr, Chat? Jetzt müssen wir glänzen, das ist wichtig. Vergiss nicht, wir haben eine Stürmerkarte. Bubaka ist nur Stürmer. Er kann nur rennen. Vergiss die Worte nicht von Abdi. Wie geht der im Spiel, wie geht der vor? Bruder, er ist nur am Laufen und am Schießen. Nur am Laufen und am... Passt der in den Ball? Nein, nein, nein. Er darf nicht passen. Oder er darf nicht passen. Scheiße. Ich höre auch nichts. Was hört ihr nicht? Schöner Pass von mir. Wow, da habe ich viel zu tun. Ey, ey, du musst noch mal rüberlegen. Ausnutzen, ausnutzen, Jungs. Sehr schön, sehr schön. Ist das krank. Schön. Willi, ich weiß ja, du bist ein Wigster. Yes. Fucking Zoe Sommerlonger. Yes, können du fucking Gamesomel. Bruder, war das ... Intervision 1. Da müssen wir für alles kämpfen, als Team. Habe ich, habe ich. Leiern. Nein. Hä? Ey, ey, ey. Ohl, ich hatte 2 Mützer. Er macht greedy. Er macht greedy. Man, Digga, ob Musi nennt sich Girl. Hoch, hoch, lauf, 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 lauf! Hey, sehr schön! Rüttraum, rüttraum, rüttraum! Sehr schön! Spiel ein, klar! Ja! Bubaka! Bubaka! Lugan in Awake! Weißt du, ich sehe! Weißt du, ich sehe! Sehr schön! Geschenk! Das war eine Geschenk! Habe ich uns! Mo! 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 Was? Let's go! Easy Ragequid! Erste Spiel, erster Win! Wer war jetzt man of the match? Ihr kriegt keine Bälle! Hamid hat ein Tor gemacht für mich. Entweder Eli oder ich man of the match. Ernst, fang! Jetzt ernst! Jeder gibt eine Stürmer ab! Wir fangen an in der Abwehr, wer man of the match ist! Ähm, man of the match? Oder wir haben doch gar nicht richtig gespielt! Ja, sag ich gerne! Oh, sag jetzt deinen Namen! Äh, weiß ich gar nicht! Keine Ahnung, ehrlich! Zehn! Ja! Warum? Ich selber! Mein Gott! Er denkt, er ist Ronaldo, als er gefragt wird, wer der beste Spieler der Welt ist! Muszi! 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 Ich selber! Muszi! Mein Bro! Mein Bro! Mein Bro! Was?! Okay, 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 krass! Krass, Elgos! Ich frage Hamid! Ich hab zwei Wunds! Elie Jello nimmt sich selber! Was weiß ich? Neeeeee! Guck mal Hamid! Man of the match! Man of the match! Ich gebe Hamid! NIO! NIO! Dann Hamid und ich teilen uns! Ich überlege auch, Chat, sollen wir meinen Spieler als zweite Version zu einem ZM machen? Da, wo wir gerade zocken? Guck mal, alles auf Tempo! Das braucht vier Skillpunkte! Okay, was denn hier? Zwei Skillpunkte! Dann nehmen wir mal... Ah, dafür brauche ich drei! Hier, Schusskraft! Oder Elfmeter? Nee! Da kriege ich eh keinen Junge! Passen, maybe? Kurze Pässe! Das könnten wir nehmen! Könnten wir gebrauchen gerade im Mittelfeld! Ja! Nehmen wir mit! Okay! Dann machen wir während die anderen Spielen ein neues Profil! ZM-Voreinstellung! Und dann ändern wir mal ein bisschen das Profil! So genau, wir bleiben gleich groß, alles gleich! Attribute geben wir neu! Wir haben 19 Skillpunkte! Natürlich erstmal alles in Schnelligkeit! Kostenpunkte 13! Was werden wir das hier rüber machen? 12! Wir machen das so! Zack! 12 Punkte! 13 Punkte! Bam! Geben wir uns! Jetzt gehen wir in Passen! Das ist auch wichtig! Wir haben noch 6 Skillpunkte! Wir geben uns gute Pässe! Wobei ich brauche auch Dribbling! Bisschen Dribbling! 2 Skillpunkte in Beweglichkeit! Bisschen Skillpunkte in Defensiv auch! Da geben wir auch nochmal 2! Jetzt haben wir noch 3 übrig! Stärke! Ich finde Stärke wird nicht genug belohnt! Also keiner applaudiert dir dafür, dass du einen Ball zurückeroberst! Deswegen nehmen wir nochmal mit! Vielleicht Weitschüsse! Nehmen wir hier die kurzen Pässe nochmal mit! Wir haben 3 Skillpunkte! Dann nehmen wir hier Übersicht, kurzer Pass und Übersicht! Ne! Wir nehmen 2 mal kurzer Pass lieber! Bam! Ok! Jetzt als ZM! Jetzt als ZM! Bubaka als ZM! 3 Sterne, 3 Sterne aber! Ganz anderer Spieler! Bisschen langsamer! Aber den nehmen wir jetzt erstmal! Oh! Genau! Wir können noch Attribute nehmen! Da sind... Da können wir 2 nehmen! Welche nehmen wir da am besten? Hupfer! Powerschuss! Pro-Bron dabei! Tiki-Tacke! Wir brauchen eigentlich dieses Ausdauer-Ding! Schneller Schritt! Beschleunigt beim Explosiven Schritt schneller! Oder Raserei! Ich glaube Raserei! Und dieses Ausdauer-Ding! Wir nehmen Raserei und das Ausdauer-Ding! Einfach Ramp! Mert! 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 So verbreit! Ich noch breit! Ich noch got! Es geht mal kurz! Ich noch got! Es geht teraz! O watch! Wah %! quote! Tja! Geh vom Ball Dembe her! Gut, aber top! Tja! Na gut auf! Schieß doch! Mach alleine! Mach alleine! Ey, tschööööööööööööööööööööö! Schülmer! Schülmer schlechter Ball? Frag nur! Wenn sich sollte schlecht bei Was Perioden Inter Soap shook, 2 zu 0 2-0 Wir spielen gut, wir spielen gut Ja, mit mir direkt wieder besser, merkt ihr? Ja Leute, spielen ist kacke, dann spiel ich nächstes Mal nicht mehr Äh, guter Ball Lauf, Pupacan Spiel ein querfuch Oh, ey, mach doch deinen Fuß hoch Will, mach deinen Fuß hoch! Das kann ich doch gar nicht entscheiden, ob er den Fuß hoch macht Fuß hoch Spiel flach Nur weil ich drei Beine hab, was soll das denn? Ja, wirklich Was? Oder was? Hier, nochmal Ich bediene Ich bediene Schwer für den Casualty Ey, Willi, heute Positiv Lime Positiv Lime Ja, komm, komm Perfektes Timing Yes Naubar Jubel mit mir, Hamed, komm zu mir Ja, ich komm doch gerade sogar Heldos Heldos, 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 Heldos Heldos Mehr Kassi Schmann Ich hatte viel damit zu tun Mehr Kassi Schmann Da bin ich sogar, in der Kamera Baby, mein Baby, gib mir Kuss Oh, ich wollte, ich hab schon drei Auf zwei, auf zwei Auf zwei Auf zwei Ja, da bin ich wieder, wow! Eldos, Eldos, guter Ball! Nein, nein, nein! Mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler, mein Fehler! Nein! Ich hab so viel Wanne umgehoben gemacht! Schnell nach vorne! Das Mittelfeld gibt ne Stimme! Was ist denn die Leistung? Jeder soll mal seine Leistung sagen! 10,0! Jeder gibt ab! Das sind 3 Punkte vorne, Digga! Ich bin Top 5! Ich sag, darf ich mein Voting abgeben? Ja, Gebab, Gebab, Gebab! Bestes Voting, Man of the Match, Willi! Bruder, guck nicht immer auf Tore, Digga! 10,0 Rating! Das ist die Ballast-Tore, Bruder! Wenn du Bellisch war, der im Winkel, versteh ich nicht, was daran Bellisch ist! Wenn du mir das so sagst, dann mach ich das! Schlechtester Spieler von heute ist Musti! Was? Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter! Musti, was sagst du? Bester Spieler, Willi, schlechter Spieler, Hamel mit Abstand! Nur, weil ich es nicht gesagt hab! Doch, merkt ihr? Merkt ihr? 2,0 Rating! Bester Spieler, Sane für mich persönlich, hat hinten den Laden nicht gehalten! Und so war sie, Coach! Und schlechtester Spieler, Musti! Ich bin nicht ihr Freund zu verdienen! Ich bin die Gerechtigkeit! Ich bin das, was jeder denkt! I'm the Man of the Match, Willi! Und schlechtester kriegt auch Musti! You! You! Ich muss nicht wirklich schießen! Willi, 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 du musst! Willi, Willi, sag! Willi, Willi! Bester Spieler für mich, Sane! Und schlechtester Spieler? Und schlechtester Spieler, Hamel! Ich sag nichts dazu! Bester Spieler? Sane, schlechtester Musti! Okay, okay! Abwehr! Ich sag, Eldos war für mich der Beste, der schlechteste war Hamel! Ja! Krass! Okay, okay, okay! Allein nur wegen dem letzten Pass! Willi, hör mir kurz zu! Viele Tore, bester Spieler! Aber mehr verwerten in Zukunft! Bester Spieler! Ja klar, mehr! Aber ganz kurz! Aber denk doch wie Haaland, Willi! Mehr geht immer! Ned, du sagst, du denkst wie Haaland, ich mach doch auch noch zwei Vorlagen! Hä? Was soll ich denn noch machen? Du bist doch Stürmer, oder nicht? Ja, ich bin Stürmer, ich mach Tore und Vorlagen! So, ich nehm irgendwie ein Tor? Gib den goldenen Kackhaufen! Goldenen Kackhaufen! Du musst den M-Bucker auch gewinnen, Digga! Du brauchst den M-Bucker! Hameln, jetzt! Okay, warte mal! Ich glaub, bei goldenen Kackhaufen ist unentschieden! Faro, du hast die Entscheidung! Faro, du musst die Entscheidung! Faro, du musst die! Faro, du musst die! Faro, du musst die! Faro, du musst die! Du hast den Gärtn und so! Wunder! Was ist denn der? Yes! Yes! Fitna machen! Ich bin dumm, Digga! Wie gesagt, gib deine Stimme! Gib deine Stimme! Gib deine Stimme! Ganz kurzer Call, man atmet! Man ist vorne, alleine, man atmet! 8,5 Bewertung! Wollte ich schon gedacht haben! Man atmet vorne, 8,5! Die ist echt schwierig hinten! Wollte ich schon gedacht haben! Gib deine Bewertung ab! Jaaa! Bestenspieler will ich dich! Da muss sie, Digga! Jaaa! Schön! Nimm den Kackhaufen, Muskel! In deine Fresse! In deine Fresse! In deine Fresse! Wo? Lutsch die Gold in der Kackhaufen? Is crazy! Oh! Ey, Thomas! Ey, das! Ja, nochmal! Nochmal! Schön! Oh! Und jetzt und jetzt! Jawohl! Nein, nein, nein! Also langsam können wir auch die Turniere... Oh, sehr schöner Ball, Matt! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Ich renne zum Mert! Ich renne zum Mert! Oh! Oh! Ähm! 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 Jetzt denken! Jetzt denken! 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 Bravo! Sehr schön! Keine Vorlage, ne? Sehr guter Chef! Moor auf dich kann ich perfekt spielen! Du machst die! Wenn du euch ficken, was ihr braucht! Fickle! Das war perfekt! Willi! Das war perfekt! Der muss drin sein nicht! Los! Der muss drin sein! Ul Dost! Noch ein Musi! Ich bin之後 voll im Rücken! Durst du圍 바로 Platz gelegnet Ich servier dir! Mein Bruder! Du hast Mund gelegt! Ich servier dir! Du bist ein Egoistisches Ekles! Ich hab 9,3 Bewertungen. Sehr schön, Eldos. Mach das schon ein bisschen reinig. Ehrlich, du wolltest mich anspielen, Eldos. Nein, ich bin Willi eigentlich. Willi, ey, Eldos auch mal mutig. Ich wollte nicht an den Ball mit Absicht. Ich bin auf einem Bastard, ein Bastard bin ich hier oben. Hier, hier, hier. Ja, ja, ja. Mach mal den Ball an. Mach alleine, mach alleine. So, 10,0, 10,0. Jeder Ball geht über links. Aber jeder brefft. Mach alleine, mach alleine. Mach alleine, mach alleine. Ne, geht nicht. Musi, Musi, mach alleine, mach alleine. Ich spiel fürs Team. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr schön, Musi. Kann das nicht, Bruder. Sehr schön, Musi. Was? Das war schlecht. Let's go. Mit einer, mit einer, mit einer, mit einer, mit einer, mit einer. Jetzt. Moment, bitte. Ich hab die gespielt. Ja, 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 ja. Musi. Kein Problem, Musi. Das war absolut nicht. Wie kein Problem haben, du wolltest schießen? Nein. Mach den doch. Bruder, manchmal muss man das über andere Wege machen. Räumliches Denken, Idiot. Räumliches Denken. Ja, cello, cello, cello. Yes. Nein, 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 nein. Oh, oh. Mo, beruh dich, Mo. Beruh dich. Willi, Willi, Willi. Jetzt zeigt sich Charakter. Verletzung. Willi, Willi. Ich hab ne Verletzung. Jetzt zeigt sich Charakter. Jetzt zeigt sich Charakter. Jetzt zeigt sich Charakter. Mein Bruder. Stark. Gut dabei, gut dabei. Wer ist das? Sane, nimm ihn. Ach so, Sane, gönn dir, Bruder. Sean. Sane. Wie fährst du? Wie fährst du? Guck mal. Eli, Eli, Eli. Bitte sag was. Bitte sag was. Ich hab den ausgeholt. Ich hab noch keinen Elber. Der verletzt ist super schosslich. Leute, ich bin verletzt. Guckt mich an. Okay, Jungs, kannst du durch. Deren Stürmer heißt auch Bubaka. Direkt, 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 direkt. Seht ihr? Ich bin rechts. Älters. Trau dich, Älters. Älters, noch mal. Trau dich. Ich bin doch unter zwei. Boah, schwer, schwer. Boah, guter Eli. Der hat mich gerade gehatet. Der hat mich gerade gehatet. Chillt, Jungs, chillt. Oh mein Gott. Der Ballverlust. Wer war das? Wer war das? Der Ballverlust. Wer war das? Wer ist Kapitän? Bruder, grünes Time-Finish. Heldos. Oder was? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Jetzt PIN! Ja. Ja, alles gut. Alles gut. Okay. Boah. Ja. Was ist denn? Nein! Was ist denn? Nein! Nein! Ich schwöre, ich... Ey, Korre kommt nur mal nicht mehr. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich glaub, er geht in der Mitte. Ja, sehr schön. Boah. Ja, links. Ich hab links gesagt, auch noch egal. Tau? Oh! Oh ja! Oh mein Gott. Hey du! Ja ja ja! Nein! Hey du! Ich hab dreimal den Pass vor der Vorlage gespielt, aber das sehen die Leute nicht. Habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, die Übersteiger, habt ihr gesehen, die Übersteiger? Seht, die Abfahrt kann ich nicht. Jetzt zeigt sich, jetzt zeigt sich was. Hol dir Muszi, bravo, Merd, Merd, Schock. Wir haben gut gemacht, wir sind aufgestiegen, wir sind aufgestiegen. Ich glaub, es stand zwei Aufstiegsspieler. Einen Sieg von drei Spielen. Ja, da müssen wir vielleicht noch einen. Einen Sieg von drei Spielen, glaub ich. Du bist aufgestiegen. Ich sag auch sehen. Wir sind aufgestiegen. Ich sag auch sehen, was du da hinten abgeliefert hast. Gebe ich dir. Er war wirklich ein... Goldene Müllton, Eldos. Eldos war dieses Spiel echt kacke. Goldene Müllton, äh, Schock. Ja, Eldos war dieses Spiel. Göt wer denn? Okay, Yvi, danke für die Einladung, ne? Bis dann. Nächstes Mal bin ich recht dafür, Eldos raus. Dankeschön, Eldos raus. Hey Leute, gute Nacht, Digga. Schlaft schön. Wir geben nochmal unsere letzten Punkte für unseren Pro. Bubaka, Amase, Amasa, Demakusa. Wir haben fünf Skillpunkte, die werde ich jetzt noch verteilen. Ich werde die aber im Sturm verteilen, weil wir nächstes Mal schwimmen. Im Flügel. Aha. Da, seht ihr? Noch ein Spielstil frei. Let's go. Da geben wir uns selber, ich würde sagen, hm, was geben wir uns da? Hm, ich muss überlegen. Paar spielen, ne? Ballkontrolle. Vielleicht noch hier, schneller Schritt? Ich gebe mir schneller Schritt. Ist mir egal. Ich gehe komplett auf Tempo. Dann, wenn wir das geregelt hätten, gehe ich einmal kurz auf Attribute, wo wir fünf Skillpunkte haben und wir könnten jetzt für vier nochmal Tempo gehen. Nochmal. Scheißegal, ich gehe nur auf Tempo. Nur Tempo-Chat. Wir haben 89 Antritt, 79 Sprint-Tempo. So, wir haben noch einen Skillpunkt, den können wir Freistoß, Schusskraft, Elfmeter. Ich nehme mal Schusskraft. Meine Schusskraft war wirklich katastrophal. Muss ich mitnehmen. Und damit haben wir alle Punkte vergeben. Wenn ihr zufrieden damit seid, dann behaltet es für euch. Wenn ihr unzufrieden damit seid, dann behaltet es auch für euch. Warte, warum steht da bei Spielstil nur... Ah, den zweiten habe ich noch nicht geändert. Den muss ich dann ändern, wenn ich Mittelfeld spiele. Aber ich spiele ja nicht Mittelfeld. Belly Go. Wie wäre Belly Go? Wäre das cool oder? Cool.